Herzlich Willkommen bei PharmaLogisch. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie Diuretika, also entwässernde Arzneistoffe, funktionieren. Unter den Diuretika gibt es verschiedene Wirkstoffgruppen und die setzen an verschiedenen Stellen im Nephron an. Ich habe euch das hier mit Zahlen schon mal gekennzeichnet und so können wir uns jetzt eins nach dem anderen vorhangeln. Ihr seht die erste Ziffer in der Hähnle-Schleife und das kann man sich echt einfach merken, da greifen die sogenannten Schleifen-Diuretika an. Dazu gehören Furosemit und auch Thorasemit, die kennt ihr sicher, die werden sehr häufig eingesetzt. Das sind Diuretika, die relativ stark wirken und die dafür aber nicht so eine arg lange Wirkdauer haben. Wenn wir jetzt den Tubulus ein Stück weiter wandern, dann kommen wir zu Ziffer 2. Und an dieser Stelle greifen die Thiazide oder die Thiazid-Analoge an. Thiazide ist eigentlich ein bisschen übertrieben, denn da gibt es nur einen spannenden Wirkstoff, der heißt Hydrochlorothiazid. Das wird sehr oft mit HCT abgekürzt. Das ist ein sehr gängiges Diuretikum, das auch ganz häufig mit Beta-Blockern oder ACE-Hämmern kombiniert wird, eben um den Blutdruck zu senken. Zu den Analogar gehört zum Beispiel das Xipamid oder auch das Indapamid und auch die Wirkstoffe werden recht häufig eingesetzt. So, und was machen die zwei Wirkstoffgruppen da jetzt? Wir hatten ja besprochen, dass im Tubulus noch ganz viel Wasser und ganz viele Elektrolyte und ganz viele andere Stoffe wieder in den Körper rückresorbiert werden. Also die tubuläre Rückresorption. Diese Rückresorption findet über Punkten, über irgendwelche aktiven Kanalsysteme statt. Und wenn diese Punkten blockiert werden, dann geht das nicht mehr. Dann kann das Natrium plötzlich nicht mehr aus dem Tubulus zurück in den Körper. Das Kalium kann das nicht. Das bleibt alles im Tubulus. Und was macht der Körper? Das haben wir bei der Osmose besprochen. Er lässt Wasser in den Tubulus einströmen, um die Konzentration wieder auszugleichen. Ja, und dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Ich habe mehr Wasser im Tubulus. Das heißt, es wird mehr Wasser mit dem Harn ausgeschieden. Die Diuretiker unterscheiden sich ein bisschen, welche Ionentransportsysteme sie blockieren. Bei manchen ist es eher das Natrium, bei anderen ist es Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid und alles Mögliche. Ich finde, so weit ins Detail müssen wir nicht einsteigen. Es reicht, wenn wir wissen, es werden Transportsysteme blockiert und dadurch steigt die Ionenkonzentration im Tubulus. Und in Folge strömt Wasser ein und es wird vermehrt Wasser ausgeschwemmt. Ihr könnt es euch jetzt aber schon denken, es wird ja nicht nur vermehrt Wasser ausgeschwemmt, es werden dann auch diese Elektrolyte vermehrt ausgeschwemmt. Das ist also schon mal eine Nebenwirkung, die man auf jeden Fall im Kopf behalten muss. Wer Diuretiker verwendet, der hat auch einen Elektrolytverlust. Jetzt gibt es Elektrolyte, da macht sich das nicht so gleich bemerkbar. Ein kritisches Elektrolyt ist aber das Kalium. Kalium brauchen wir für die Nerven und für die Muskelaktivität und somit auch für die Herzaktivität. Das ist ja auch ein Muskel. Das heißt, wenn zu viel Kalium verloren geht, dann kann es zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen kommen. Also Kalium ist ein Wert, den man immer überprüfen muss, wenn jemand dauerhaft Diuretika einnimmt. Und es kommt dann auch sehr häufig vor, dass jemand als Begleitmedikation dann eben Kalium-Tabletten bekommt, um den Kalium-Haushalt wieder auszugleichen. Eine andere Möglichkeit gibt es, wenn wir im Tubulus noch ein Stückchen weiter gehen. Bei der Ziffer 3 greifen die sogenannten Kalium-Sparenden-Diuretika an. Und jetzt könnt ihr euch aus meiner Vorrede auch gleich erklären, warum die so heißen. Das sind eben Wirkstoffe, die keinen negativen Einfluss auf die Kalium-Ausscheidung haben. Die greifen so spät am Distalen-Tubulus oder sogar schon am Sammelrohr an, dass die Kalium-Rückresorption da schon abgeschlossen ist. Das heißt, so spät am Nephron wird die Kalium-Ausscheidung nicht mehr beeinflusst. Dafür sind sie nicht so ganz stark wirksam wie die anderen Wirkstoffe. Das erklärt, warum es einfach nicht nur Kalium-Sparende-Diuretika gibt, sondern warum die anderen Wirkstoffe auch eingesetzt werden. Zu dem Kalium-Sparenden-Diuretika gehört zum Beispiel Triamtherin oder auch Spironolacton oder auch Eplerenon. Wenn wir sie jetzt alle aufzählen, dann kann man das Amylorit auch noch mitnehmen. Und bei den Kalium-Sparenden-Diuretika, da kann man auch wieder zwei Wirkstoffgruppen unterscheiden. Die eine Hälfte, das Triamtherin und das Amylorit, die greifen genauso am Tubulus an, wie ich das für die anderen beiden Wirkstoffgruppen schon erklärt habe. Das Eplerenon und das Spironolacton, das setzt sich an die Aldosteron-Rezeptoren am Sammelrohr und am Distalen Tubulus, blockiert diese Rezeptoren als Antagonist und sorgt dafür, dass das Aldosteron nicht wirken kann. So, jetzt habe ich zwei Begriffe vorweggenommen, die ich euch in Folgevideos erklären werde. Das eine ist der Begriff Aldosteron. Ich werde euch erklären, was ist das, wo kommt das vor, was macht das? Und das andere war Antagonist. Ich werde euch erklären, was ist denn ein Agonist und was ist ein Antagonist, was meine ich damit überhaupt? Für heute müsst ihr das jetzt mal so hinnehmen. Es gibt Aldosteron-Antagonisten und die wirken diuretisch. So, das war ein grober Überblick über verschiedene Wirkstoffgruppen, die häufig eingesetzt werden. Gucken wir uns nochmal an, was es so für Einnahmehinweise für Diuretika gibt. Der Arzt ist einfach ganz praktisch aus dem Leben gegriffen. Um die Nachtruhe nicht zu stören, also um nicht zu verursachen, dass jemand nachts ständig aufs Klo muss, sollte man Diuretika im Allgemeinen früh einnehmen. Wenn sie zweimal täglich eingenommen werden müssen, dann eben früh und mittag. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich tagsüber mehr Zeit und Lust habe, aufs Klo zu gehen, als nachts ständig deswegen aufzuwachen. Immer wenn es eine Regel gibt, gibt es auch eine Ausnahme und das sind die Aldosteron-Antagonisten. Die brauchen ein bisschen, bis die Wirkung eintritt. Deswegen ist es da sinnvoller, die abends zu nehmen, damit dann da ab früh die Wirkung losgeht. Aber der Grund ist wieder der gleiche. Ich möchte die Nachtruhe nicht stören. Und das Zweite ist ganz wichtig und das muss man auch immer wieder erklären. Ich erlebe es oft, dass Kunden zu mir kommen und sagen, jetzt kriege ich da so ein entwässerndes Mittel, ich habe zu viel Wasser im Körper, dann trinke ich doch einfach ein bisschen weniger. Die Logik finde ich durchaus nachvollziehbar, dass jemand sagt, wenn ich schon zu viel Wasser habe, dann fülle ich halt nicht noch extra viel nach. Das ist aber falsch und das kann man auch erklären. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass man es jedes Mal wieder aufs Neue erklärt. Also erstens ist so ein Diuretikum eine Tablette wie jeder andere auch. Das heißt, die muss sich im Magen auflösen, die muss über den Darm in den Blutkreislauf kommen und all das funktioniert einfach nur, wenn ich ausreichend trinke. Und das andere könnt ihr euch jetzt direkt am Nephron vorstellen. Ihr habt ja gesehen, das Ganze funktioniert nur, wenn die Niere gut durchblutet wird, wenn da genug Primärhahn durchgeschleust wird, damit diese ganzen Mechanismen überhaupt stattfinden können. Ja, und die Niere wird auch dann nur gut durchblutet und hat genug Flüssigkeit zur Verfügung, wenn ich ausreichend trinke. Und sogar noch mal anders betrachtet, wenn ich jetzt Diuretika einnehme, die ja die Wasserausscheidung erhöhen und auf der gleichen Seite aber nicht mehr genug nachtrinke, dann habe ich sogar noch die Gefahr einer Austrocknung, also einer Dehydratation. Ich freue mich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.